Hallo, schön, dass du wieder auf dem Kids Team Kanal bist, auf dem Bauernhof. Da gibt es immer eine Menge Action. Was Basti, Jule und Finn erleben und welche Dummheiten sie sich einfallen lassen, erfährst du in der Geschichte. Heute darf Basti auf dem Bauernhof von Onkel Gustav und Tante Lisbeth helfen. Obwohl ihm vor Anstrengung der Schweiß über das Gesicht läuft, macht ihm die Arbeit großen Spaß. Kühe auf die Weide bringen, Ställe ausmisten und Hühner füttern. Und dann das Schönste. Mit Onkel Gustav fährt er auf dem Traktor zu den Getreidefeldern hinaus. Dort soll in ein paar Wochen Gerste und Mais geerntet werden. Doch die Pflanzen sehen kümmerlich aus. Es ist zu trocken. Onkel Gustav reißt eine Ehre ab und schaut sie prüfend an. Ich hoffe, es regnet bald. Wir können doch gießen, ruft Basti. Dann kann weiter die Sonne scheinen, denn Regenwetter mag ich gar nicht. Onkel Gustav lacht. Na, mein Junge, was denkst du denn, wo das Wasser zum Gießen herkommt? Das ist doch auch Regenwasser. Er stellt sich vor dem Traktor. Wenn Gott es nie regnen lassen würde, könnten wir auch nicht gießen. Mit Tante Lisbeth bete ich jeden Tag dafür, dass Gott das richtige Wetter schickt. Und manchmal ist das eben auch Regen. Habt ihr heute schon gebetet? Basti schaut zum Himmel hinauf. Onkel Gustav nickt. Ja, das haben wir. Doch Gott schickt den Regen nicht einfach, wenn wir es wollen, sondern wenn er es will. Und er macht es immer richtig. Schließlich fahren sie mit dem Traktor wieder zurück auf den Hof. Dort laufen gerade die Zwillinge vom Nachbarhof vorbei. Hi, Finn. Hi, Jule. Basti winkt ihnen zu. Als Onkel Gustav den tuckernden Traktor ausschaltet, ruft Finn. Wollen wir Verstecken spielen? Basti hüpft vom Traktor. Äh, ja, toll. Dürfen wir Onkel Gustav? Ja, natürlich. Ich gehe rein und hole mir ein Glas Wasser. Müsstet ihr auch etwas trinken? Basti leckt sich über die Lippen. Durst hat er schon. Aber jetzt will er erst einmal spielen. Wir kommen später und holen uns etwas. Ich suche zuerst. Wer das weltbeste Versteck hat, gewinnt, okay? Jule und Finn nicken und Basti hält sich die Augen zu. Eins, zwei, drei. Achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig. Ich komme. Schnell schaut Basti sich um. Wo könnten sich Finn und Jule versteckt haben? Er flitzt in den Kuhstall. Niemand da. Auf den Hühnerhof? Als Basti durch das Gehege rennt, flattern die Hühner gackernd auseinander. Hier kann sich niemand verstecken, ohne dass es einen riesigen Lärm gibt. Er sieht sich nach rechts und nach links um. Vielleicht hinter dem Anhänger? Jule, ich hab dich. Dann entdeckt Basti auch Finn. Er hockt hinter einem Heuballen. Ich hab dich gefunden. Oh, ich habe Durst, sagt Jule. Noch eine Runde, dann trink mir was. Na gut, ich bin mit Suchen dran. Sie hält sich die Augen zu und beginnt zu zählen. Basti tippt Finn an und winkt ihm, dass er mitkommen soll. Hinter der nächsten Ecke flüstert er. Wir suchen zusammen das weltbeste Versteck. Dann haben wir beide gewonnen. Und wenn Jule uns nicht findet, kommen wir raus und erschrecken sie. Das wird lustig. Finn nickt. Im Weitergehen schauen sie sich nach allen Seiten um. Hinter dem Kuhstall entdeckt Basti den alten Wartburg von Onkel Gustav. Er rüttelt am Kofferraumdeckel. Es ist offen. Schnell klettern die beiden hinein und der schwere Kofferraumdeckel plumpst über ihnen zu. Ups, hoffentlich hat Jule das nicht gehört. Basti kichert. Das ist unser weltbestes Versteck. Hier findet uns Jule nie. Es gibt ja noch nicht mein Fenster. Finn stupst ihn an. Aber ziemlich dunkel ist es schon. Lange hören sie nichts. Es wird schon langweilig. Dann plötzlich, Finn, Basti, wo seid ihr? Das dauert mir zu lange. Ich habe keine Lust mehr zu suchen. Basti hält sich die Hand vor den Mund. Das ist Jule. Ich habe doch gesagt, die findet uns nie. Finn kichert auch. Wir haben gewonnen. Jules Stimme entfernt sich langsam. Jetzt züpfen wir raus und erschrecken Jule. Er drückt gegen den Kofferraumdeckel. Doch nichts passiert. Beeil dich, mault Finn. Mach ich ja, schimpft Basti. Aber das blöde Ding geht nicht auf. Lass mich mal. Finn stemmt sich ebenfalls dagegen. Mann, wieso geht das nicht? Basti wischt sich über die Stirn. Wie gern hätte er jetzt ein Glas Wasser. Sogar über Regenwasser würde er sich freuen. Lass uns rufen, schnauft Finn. Dann hört uns Jule. Hallo, hallo, wir sind hier drin. Sie schreien, so laut sie können. Doch nichts passiert. Da, auf einmal. Ich höre was, ruft Finn. Basti hört es auch. Ein leises Tuckern, das immer lauter wird. Das ist Onkel Gustavs Traktor. Wie wild trommeln die Jungen gegen den Kofferraumdeckel. Das Tuckern wird noch lauter. Er ist jetzt ganz nah, schreit Finn. Doch plötzlich hört Basti auf zu trommeln. Onkel Gustav kann uns nicht hören. Der Traktor tuckert viel zu laut. Schließlich wird der Traktor wieder leiser. Er fährt weiter. Hier findet uns tatsächlich niemand, jammert Basti. Das ist das weltdümmste Versteck. Und Finn schnieft. Ich will nach Hause. Ich habe Durst. Basti beißt sich auf die Lippe. Wir klettern nie mehr hier rein, murmelt er und ärgert sich über seine dumme Idee. Da fällt ihm ein. Onkel Gustav betet doch immer. Zu Jesus. Ich weiß nicht viel von Jesus, aber Onkel Gustav hat gesagt, dass er der Sohn Gottes ist und im Himmel wohnt und dass Jesus alle Kinder sieht, immer und überall und dass er sich freut, wenn sie zu ihm beten. Das machen wir jetzt. Basti will beten. Ob Finn das auch macht, sieht er nicht. Doch das ist ihm egal. Lieber Jesus, bittet er, Onkel Gustav hat gesagt, dass du mich siehst. Kannst du mich auch hier im Kofferraum sehen? Dann hilf mir bitte hier raus. Und Finn auch. Amen. Ich höre den Traktor wieder, ruft Finn. Er kommt näher. Noch näher. Der Motor ist aus. Ein Augenblick ist es still. Dann trommeln die Jungen wie wild gegen den Kofferraumdeckel. Auf einmal geht die Klappe auf und Basti ist erst einmal von der Helligkeit draußen geblendet. Dann erkennt er die Gesichter von Onkel Gustav und Jule. Ja, du liebe Zeit, was habt ihr euch denn dabei gedacht? schimpft Onkel Gustav. Wusstet ihr nicht, dass man den Kofferraumdeckel nicht von innen aufmachen kann? Kleinlaut krabbeln Basti und Finn aus dem heißen Kofferraum. Jetzt wissen wir es. Ganz bestimmt. Basti schämt sich. Das machen wir nie wieder. Nein, nie wieder, mummelt auch Finn. Onkel Gustav drückt die Jungen an sich. Ja, das dürft ihr wirklich nie wieder tun. Da krummelt es am Himmel und eine große dunkle Wolke zieht über den Kuhstall. Kommt schnell ins Haus, ruft Onkel Gustav. Es gibt ein Gewitscher. Gerade noch rechtzeitig schaffen sie es zu Tante Lisbeth in die Küche. Dann klatscht der Regen gegen die Fenster. Es blitzt und donnert. Basti ist froh, dass er hier sitzt und nicht mehr im Kofferraum. Ich habe gebetet und dann seid ihr gekommen und habt uns rausgeholt, mummelt er. Und Onkel Gustav hat für Regen gebetet. Basti schaut hinaus auf den nassen Hof. Kann es sein, dass Beten wirklich hilft? Onkel Gustav nickt. Beten hilft sogar ganz sicher. Der Herr Jesus hört uns immer, wenn wir zu ihm reden. Er faltet die Hände und wir wollen auch nicht vergessen, ihm Danke zu sagen. Das will Basti gerne tun. Auch er betet mit, während draußen die Pflanzen auf dem Feld eine schöne Regendusche bekommen. Musik